Herzlich Willkommen zurück bei Banished. So, jetzt hier wird ja, wird schon abgeerntet. Ja, es wird ja auch schon abgeerntet seit der letzten Folge. Ähm, da wurde ja auch schon in der, beim letzten Mal abgeerntet. Hier wird noch fleißig gepflanzt, da wird noch ein bisschen was abgesägt. Okay. Die hier pflanzen wir auch jetzt erstmal. Alles klar, die Mine hier, da brauchen wir ja noch 15 Arbeiter irgendwann für. Das machen wir wahrscheinlich seit über dem Winter. Stecken wir mal ein paar Leute auch noch in die Mine. Nöööö. Ähm, so, oder was machen wir jetzt? Was haben wir noch nicht? Wir könnten mal einen Markt bauen. Ist das der hier? Ne, das ist es nicht, ne? Das müsste hier so ran Das irgendwann Ne, das machen wir nicht Ich möchte genau einen Markt Möchte ich bauen Am liebsten würde ich ihn hier ganz gerne hinstellen Ey, das passt hier sogar hin Wollen wir den hier hinbauen Dann können wir ausruhen Dann können wir auch noch Häuser bauen Weißt du was? Zack Warum? Ah Nein, da passt hier ganz doll Noch nicht ganz knapp Doch noch nicht hin Hier hätte er Na gut, okay Ah, dann müssen wir ihn wohl doch hier irgendwie hinstellen Ich möchte auf jeden Fall einen haben, ne Auch jetzt in der nächsten Zeit Weißt du was? Wir schicken erstmal über den Winter mal ein paar Leute in die Mine Und dann bauen wir im nächsten Winter den Markt Das ist eine gute Idee Die, ah gut, erstmal sind ja alle nur Pflanzen eingestellt Der arbeitet hier auch Der ist am Jagen Okay Denn wir brauchen Kohle, um bessere Tools herzustellen Können wir hier eigentlich schon mal Genau, Kohle ist aber schon eingestellt 15 Leute sollen da rein Naja Okay Naja, der hier ist noch gut am Pflanzen und so So ist das alles in Ordnung Das passt soweit Gott Alles klar Das können wir eigentlich mal hier sowas rüber bauen Irgendwie bald mal eine Brücke Dann machen wir hier Hauen wir hier mal die ganzen Ressourcen noch ab Na, mal sehen Erstmal Erstmal nicht Nö, so Eisen haben wir noch genug, oder? Ja, warte Ich kann doch hier gucken Eisen haben wir noch 115 Steine aber noch Loks haben wir nicht mehr So viele Okay Okay, das heißt Ich lasse es, würde ich sagen Gleich nochmal Ähm Abhacken Holz Nö, die hier alle so machen So Die hier können auch weg Jo Jetzt haut da da ein bisschen auch was davon weg Und das möchte ich ja eigentlich gar nicht Das heißt Wir nehmen hier mal wieder ein paar dieser kleinen wieder raus Nö Die müssen hier ja wieder raus nehmen So Aber der Rest Könnt ihr mal wieder abhauen Dann ist das weg Die werden bald irgendwie auch noch gecutt Wenn die umgefallen oder so, ne Wird das auch noch abgötigen Das hier könnten wir rüberstellen Okay, 500 ist das Und top Ähm Oder was heißt eigentlich dieses Symbol? Was heißt das? Ähm Ähm Was heißt Rüberstellen oder nicht rüberstellen? Ähm Ich guck einfach mal Ne Wir lassen es einfach mal gerade auf 5000 5000 Was haben wir hier? Mhm Ja Das ist alles Naja Kann ich erstmal nicht ändern Ne Ihr müsst da erstmal so weitermachen So Zack Das Feld hier ist bald abgeerntet Das hier noch nicht Das dauert noch ein bisschen Warum ist hier auch eigentlich gar gerade kein Arbeiter? Ich glaube ich muss noch kurz die Zeit wieder auf 5 stellen Wir haben doch elf Farmer Warum macht ihr das denn jetzt nicht erstmal? Aber konnte man nicht irgendwie eine Priorität oder so Dass sie erst das fertig machen sollen Irgendwo rüberlegen Ging das nicht irgendwie? Nee So Wir gehen wieder auf 10-facher Geschwindigkeit Mann Warum machen die Felder nicht weiter? Los Macht mal Diese Fragezeichen Aha Jetzt sind Immer eine Zeit lang weg Und dann sind sie wieder da Warum? Was soll der Scheiß? Aber hier ist bald alles weg Okay Ich hoffe dann kommen die Farmer wieder Das heißt wir stellen mal ganz kurz Auf 10 Dann ist das Holz hoffentlich weg Das hier muss auch weg Ne Vor dem nächsten Sommer Und ich möchte euch eigentlich ganz gerne in die Mine schicken Ah ne die gehen jetzt weg Im Winter Die Pflanzen gehen also einfach rein Okay Okay Naja dann Elf Farmer mal weg Ich hab dann Erstmal jetzt so Mine So Work an Und dann jetzt 15 Elf Stück haben wir da Da brauchen wir nicht so viele Förster Ich nimm auch wieder einen Hunter davon weg Und oh Ähm ja 14 von 15 Leuten Leute sind in der Mine Die kommen da dann im Sommer weg Nö Bisschen Kohle abbauen Was denn sonst Ja wir brauchen es ja für den Blacksmith Ne Ah da ist auch gleich ein bisschen Kohle Das ist gut Ja die gehen da fleißig rein und raus Aber irgendwie dauert das dann wohl doch noch ein bisschen Kohle limit 200 Das stellen wir mal gleich auf 500 Nö Iron bauen wir da noch nicht ab Erstmal jetzt Ganz viel Kohle da rauskram Nö Ah ja gut Was können wir sonst noch bauen Haben wir noch irgendwie Leute über oder so Ne ne Haben wir nicht Naja Gut weil hier muss Hier soll dann später der Markt entstehen Okay Das kann man ja machen Das ist ja kein Thema Haben wir irgendwo Leute die ausziehen Denn der ist bald erwachsen Ich glaub die würde ganz gern ausziehen Die der würde auch ganz gern ausziehen Das heißt wir müssen noch ein Haus bauen Das heißt wir bauen jetzt auch noch ein Haus Nein das stellen wir Oh ähm Ziehen wir euch mal alle aus der Mine ab Machen erstmal Elfama Mh Gehen wir wieder Ähm Mh Hunter Neunfalls weiß was Ne Hunter brauchen wir eigentlich nicht zu Machen wir wieder vier Förster über den Sommer Obwohl ne Die Wack Die pflanzen ja nur ne Da reichen eigentlich Ein Laborer hätte ich dann ganz gerne ne Der wäre dann nämlich gleich schon mal für den Okay wo war der Markt jetzt Markt hier Der Markt soll Hier ran gebaut werden ne Da soll so ein Weg zwischen sein Bam Dahin kommt der Markt Also los haut die Sachen da weg Ja da ist gleich eine Komm Nachtkohle haben wir jetzt ein bisschen Dann kannst du jetzt mal ein bisschen Diesel Tools herstellen Ne mit Kohle und so ne Ist doch dann auch gleich viel schöner Ein paar Berge Kohle haben wir im Lager liegen Loks haben wir auch ein paar Iron kommt auch wieder Alles klar Dann geht's über den Winter wieder in die Mine ne Können ja da wieder alle arbeiten Da wird der Markt fleißig schon Am Markt fleißig gebaut Aber ich Oh Ich hab da schon wieder Zack Brauchen wir für den Markt Leute Ich würde mal fast sagen Ja Dass wir auf dem Markt Auch jemanden raufbauen Raufstellen müssen Ne Der darf uns ein bisschen handeln Und so Nö Naja Aber haben wir erstmal Sonst lege ich den vielleicht sogar erstmal still Dann ist er da Wartet da Steht da Und tut uns erstmal gar nichts Ne Das ist auch eigentlich kein Problem erstmal So wir haben drei Förster ne Naja Bäume wachsen hier schon ganz gut ne Bald kann man dann auch wieder cutten So wie der anderen Haben wir wieder viel 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 Holz Der hier ist nur sekt Ah gut Aber hier ist jetzt auch schon Hier ist auch was drin Hier ist was drin Alles klar Und so Jetzt brauche ich wieder Aber erstmal Jetzt brauche ich wieder Bilder ne Ne Jetzt tragen Ah jetzt tragen wir erstmal das ganze Zeug hin Was die Felder sind noch nicht bestellt Was haben wir für eine Jahreszeit Late Winter noch Okay komm Late Winter ist ja dann nicht so schlimm Ne Wenn ihr da noch ein bisschen am Arbeiten dann seid Ja komm Dann passt das ja ne So Und danach muss das Haus hier noch fertiggestellt werden Oh wir bräuchten eigentlich mal ein Bilder ne Machen wir mal ein Bilder Ah perfekt Mal gucken was er jetzt zuerst fertig macht Ich würde halt denen sagen dass er das hier zuerst fertig baut Ich hoffe es auf jeden Fall So jetzt gehen die Farmer aufs Feld Machen die Felder fertig Wo ist mein Bilder Da ist mein Bilder Ja sehr gut Der macht erst das fertig Da kläune neue Bauernhaus Das ist perfekt so So Da wird fleißig auf den Feldern gearbeitet Haben wir Was haben wir so 260 Fleisch Hier drin haben wir Ja eigentlich nur so ein Tool Und so Okay Naja Komm passt schon Wie weit ist unser schönes Haus 61 Prozent Komplett 63 Prozent Komplett Ist bald mal Ist irgendwie jemand erwachsen 8 Okay 8 ist ja okay Da keiner 17 5 Okay Aber da entsteht ja jetzt schon ein neues Haus Ne Das ist gut Oh hier haben wir Hm Da haben wir ein bisschen Mist gebaut Wo ist der Eingang? Da ne Machen wir da mal so eine Dirt Road dran Nö Dann würde ich auch ja sagen ne Umrunden wir den Markt einmal mit einer Straße So Zack So Der Markt ist mit einer kleinen Straße umrundet Das ist sehr gut Haus ist fertig Gleich zwei Leute eingezogen Sehr schön Okay Felder werden bestellt Alles super Ich glaube hier machen wir irgendwann nochmal noch ein Feld hin Obwohl Kleinen Moment einmal Ich guck mal ganz kurz Ähm Das hier wäre ja auch mal ganz cool Nö Ähm Äh Ja Ich glaube ich mach dann Bald mal hier so ein Hol So ein Teil hier mit Äh Ach ja Dings Ne Komm mal erstmal brauchen wir noch ein kleines Feld dort ran Wie groß machen wir das Wie groß ist das 14 mal 14 auch wieder ne Würde ich fast sagen Ne warte mal wir machen 14 mal 7 noch da ran Na dann kommt hier der Rest Der wird dann mal so ein Stall Oder was Ja das hier ist ja ein So Schweinestall Kuhstall Oder so Was auch immer das wird Ne Wie weit Macht der Bilder grad das hier Jo 71 Komplett 71% Komplett Das ist schön Ähm Hunter machen wir noch kurz nur ein Äh Wollte Hunter mal einen abziehen Dann können wir noch mal kurze Zeit Bilder kriegen Und so Förster haben wir auch mal einen weg Dann kriegen wir noch ein Bilder Haben wir drei Bilder Die ein bisschen arbeiten Dort Auf dem Markt Dann Ah Guck mal hier Das ist auch gleich dann schon mal fertig Als Feld Vielleicht wird's dann sogar noch Diesen Dings bestellt Aber gleich mal fertig gemacht Noch diesen Sommer Wie steht Ja wir haben genau Frühling Mal sehen Ähm Jo jetzt brauchen wir noch zwei Dings mehr So haben wir noch zwei Weiß was ne wir machen einen erstmal nur Und dann passt das so Vielleicht bestellen sie das ja auch noch Diesen Dings Ne da Da lassen wir mal sowas wachsen Da weiß ich ja noch gar nicht was das ist ne Machen wir erstmal das Und so kommt die jetzt schon auf dieses Feld Nein die machen erst das Feld fett Macht gut das Feld hier Ja Das Feld wird auch noch diesen Sommer bestellt 76% immer noch Sag mal warum Ah jetzt wird da aber weiter gearbeitet Da hämmert einer Da kommt noch einer der da ein bisschen dran mit arbeitet Freut mich sehr schön So ist das gut Kohle haben wir noch Zwölf Okay Das heißt Naja Wir müssen über ein Dings Über ein Winter Wieder in die Mine Kohle abbauen Ja Das heißt das Na das ist schön Das hier so Da ist und da Rechts ist so eine schöne Stadt Hier ist Hier sind die Felder Da ist ein Eger Hier sind Da wird Bäume gemacht Das freut mich Das finde ich schön so Klar wir brauchen irgendwann noch nochmal einen zweiten Typ der Feuerwood macht Feuerwood macht Naja wir werden sehen Oh Oh der Markt sieht ja schon gut aus ne Zu 80% ist das jetzt erst No lass die da mal ein bisschen dran zimmern Hoffentlich sieht's am Ende gut aus So hier soll dann Was mit Fleisch ran Okay Das kriegen wir natürlich auch hin Naja Wie weit 83 Okay Den lass ich da mal Nicht mehr eingeblendet Okay Wie weit sind die Bäume hier Ja die sind schon fast fertig gewachsen Wie sind sie hier so Auch hier sind sie noch voll am Anfang Uuuu Das ist ja Na komm Der hier kann auch noch ein bisschen Bäume wachsen lassen Der hier kann bald anfangen zu schneiden an Bäumen Das ist soweit aber auch dann okay Hab ich kein Problem mit Nö Markt ist wie weit 86% Okay Ich glaube der zimmert da noch ein bisschen dran rum Passt so So 88% Sehr schön Soweit geht also der Markt Okay Das heißt halt Das Dorf ist fürs Erste mit einbezogen Das ist schön Haben die jetzt Nein die haben immer noch kein Kind gekriegt Die haben ein Kind gekriegt Ein Jahr alt Fünf 14 Nee 6 und 0 5 Haben wir schon gesehen Und die beiden wurden sowieso schon ein Oh die ist schon 60 Und noch Farmer Das ist nicht schlecht Das ist echt nicht schlecht 91 Komplett 91% Wir spielen bereits seit neun Jahren In dem Spiel Also nicht in echt Aber hier in dem In dem Spiel Ich bin schon neun Jahre lang Ah ja Schön 92% Dann ist der Markt Komplett Äh Hier wird immer Okay hier wird aber diesen Sommer noch Salat angebaut Naja Okay Lass ihn man Ey Wir haben wieder ein Laborer dazu bekommen Der ist dann jetzt gleich mal Erstmal noch Farmer mit Ne Haben wir 13 von 13 Farmern Und so ne Ihr macht hier schön weiter Das ist gut so Nachwuchs hier Nein Da ist immer noch leider kein Nachwuchs Das ist schade Das ist gut so